Herzlich willkommen zum Dog Talk des Tages. Angeregt durch einige Nachfragen und Kommentare zu vergangenen Dog Talks, aber auch angeregt durch die Aktualität des Themas, möchte ich gerne eine neue Reihe, eine neue Serie von Dog Talks eröffnen, und zwar zum Thema Spiel. Das ist ein Thema, um das sich relativ viele Missverständnisse ranken und auch Fehlinformationen und Fehlinterpretationen, und ich würde hier gerne dazu beitragen, das ein bisschen aufzuklären und darüber ein paar Informationen zu geben, damit man sich ein eigenes, vielleicht neues und korrigiertes Bild zu dem Thema machen kann. Ich erzähle euch dafür ein bisschen was aus aktuellen Erkenntnissen aus der Romanpsychologie in Bezug auf das Spiel, und zwar ist das Spiel relativ gut erforscht bei Menschen, bei Tieren inzwischen auch, da gibt es etliche Studien drüber, und was man sagen kann, ist, dass das Thema Spiel bestimmte Kennzeichen hat, die es praktisch charakterisieren. Und zwar ist es so, dass das Spiel ein Zeichen von höheren sozialen Säugetieren ist, also Tiere niederer Ordnung sozusagen, die verfügen weniger über Spielverhalten, und je sozialer ein Säugetier ist, also je diffiziler seine Sozialstrukturen, in denen es lebt, sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch gespielt wird. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es keine Spezies im Tierreich gibt, die so intensiv spielt, wie es der Mensch tut. In der Biologie geht man davon aus, dass es einen Trieb gibt, also einen sogenannten Spieltrieb, und dieser Trieb wird eingeordnet in die Instinkttheorie. Das heißt, es ist ein Sozialverhalten und angeboren bei Säugetieren. Und damit dient es auch gleichzeitig als Kennzeichen für Gesundheit und Wohlbefinden, also Lebewesen, die nicht spielen, obwohl es zu deren natürlichem Verhalten zählt, und die tun es nicht. Da kann man davon ausgehen, dass irgendetwas fehlt oder nicht in Ordnung ist, also die Tiere möglicherweise verhaltensgestört sind oder eine Krankheit vorliegt. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass das Spiel sich im Laufe des Lebens in seiner Intensität und Qualität und Quantität verändert. Jungtiere spielen bei allen Spezies mehr und intensiver als erwachsene Tiere, und bei manchen Tierarten verliert sich das Spielverhalten im Erwachsenenalter auch gänzlich. Der Hintergrund, welchen Sinn und Zweck hat Spiel? Nun, es ist so, dass der Spieltrieb, wenn er ausgelebt wird, in der Regel gekennzeichnet ist durch Lernen über Versuch und Irrtum. Also das Lebewesen, was spielt, der junge Mensch zum Beispiel, versucht über dieses Spiel Kenntnisse über das Leben und die Welt zu erfahren. Gleichzeitig probiert dieses Lebewesen seine eigenen Fähigkeiten aus und überprüft auch sein eigenes Wissen, was er bereits erlangt hat. Das Ganze hat den positiven Effekt, dass es auch noch die kindliche Entwicklung vorantreibt und gleichzeitig steigert es das Selbstbewusstsein, eben über Versuch und Irrtum. Also auch Mutigkeit kann sich zum Beispiel ausbilden über Spiel und seine Folgen. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass es auch etwas ist, was für Entspannung sorgt, also durch Ausschüttung von bestimmten Neurotransmittern. Und gleichzeitig hat es Auswirkungen auf das spätere soziale Leben. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, zum Beispiel Problemlöseverhalten anzuwenden oder Umgang im sozialen Kontext, also mit Artgenossen, mit Mitmenschen. Gleichzeitig steigert sich aber durch Spiel auch die Fähigkeit, mit Enttäuschungen und Misserfolgen umzugehen. Also über diesen sozialen Kontext hinaus hat es eben auch noch eine Wirkung auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Dieser soziale Kontext ist sehr stark untersucht worden und steht auch sehr stark im Vordergrund in der humanen Psychologie. Und es gibt verschiedene Wissenschaftler, zum Beispiel ein Professor Rolf Oerter, der ist Professor für Entwicklungspsychologie. Der sagt, Spiel ist ein Verhalten ohne Zweck, aber nicht ohne Sinn. Das heißt also, Spiel ist nicht für das unmittelbare Überleben notwendig, aber sehr wohl für das spätere Leben und erleichtert auch das Überleben später. Er sagt, Spiel passiert immer freiwillig, also ohne Zwang, ohne Druck. Und Spiel kann auch zu einem Flow führen, wenn man praktisch in diesem Spiel komplett versunken ist und in diesem Spiel aufgeht. Das Spiel findet auch immer im Hier und Jetzt statt, ist also ein sehr wichtiger Aspekt dabei, dass es eben nicht geplant verläuft. Bei der Frage, was ist Spiel, gibt es in der Definition noch die Schwierigkeit der Abgrenzung, weil es gibt für gleiches Verhalten auch Kennzeichen, dass es ein Ausdruck, der Ausdruck von einer Sucht sein kann. Also Spiel ist eigentlich Vergnügen und eben selbstlos sozusagen, aber es kann eben auch das gleiche Verhalten zu sehen sein und gleichzeitig eben dieses Feld des Spiels verlassen haben und Ausdruck einer Sucht sein, kennen wir auch, Spielsucht zum Beispiel. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass der Zweck eben ist, Gehirn und den Körper weiterzuentwickeln, sich selbst und andere zu entdecken. Bei Menschen kommt eben noch dazu, dass man fantasievoll seine eigene Welt erschafft und gleichzeitig aber die vorhandene Welt darüber verstehen kann. Und wenn es dann um soziales Spiel geht, also mit anderen, dann werden Regeln eingeübt und diese Regeln sind eben ganz wichtig, um eigene Grenzen, die Grenzen der eigenen Fähigkeit auch zu entdecken und die soziale Intelligenz auszubilden. Das sind Fähigkeiten, die später zum Überleben gebraucht werden. Es hat eine Untersuchung auch gegeben, da sind 8000 Strafgefangene von einem Forscher namens Stuart Brown, untersucht worden und er in Bezug auf einen Zusammenhang von Aggression und Spielverhalten in der Kindheit und er konnte feststellen, dass ein Defizit im Spielverhalten ein möglicher Auslöser für späteres Aggressionsverhalten sein kann. Also er bezieht es darauf, dass er sagt, wer nicht spielt, lernt nicht mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen und kann seine aggressiven Impulse nicht kontrollieren, verfügt damit auch nicht über eine Empathie, eine sogenannte Theory of Mind, also die Fähigkeit, sich in einen anderen hineinzuversetzen und darüber sein Verhalten zu kontrollieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn wir in den folgenden Beiträgen über das Hundeverhalten und Hundespiel- und Aggressionsverhalten sprechen. Dazu kommt, dass man im Tierreich noch festgestellt hat, dass zum Beispiel Kätzchen, die als Jungtiere nicht spielten, trotzdem später jagen gegangen sind. Also das Jagdverhalten wird da nicht explizit im Spiel eingeübt und verfeinert bei Katzen, aber es war sehr wohl zu sehen, dass die später Einzelgänger geblieben sind. Also das Nichtspielen in jungen Jahren oder im jungen Katzenalter hat die Konsequenz, dass sie trotzdem jagen können, also der Nahrungserwerb bleibt gleich, aber im sozialen Kontext gibt es eben bleibende Schäden sozusagen. Also sie bleiben Einzelgänger, sind eben nicht sozial verträglich. Bei Menschen geht man von einem ähnlichen Phänomen aus, dass Menschen also, die im Kindesalter nicht spielen können oder wo das unterdrückt wird oder verhindert wird, dass diese Menschen auch später soziale Außenseiter sind. Es gibt auch Gewaltstraftäter, bei denen man hier einen deutlichen Zusammenhang erkennen konnte. Im Tierreich hat man das untersucht und festgestellt, dass Tierkinder vor allen Dingen im Spiel einüben, was sie später gebrauchen können. Also auf diesem Foto sieht man so zwei Katzen, die gerade Angriffsverhalten einüben, aber eben auch andere Verhaltensweisen, wie zum Beispiel anschleichen oder jagen, flüchten, abwehren, Konkurrenz, Kämpfe, Auseinandersetzung. Das wird alles spielerisch im jugendlichen Alter eingeübt. Das war der Dog Talk des Tages heute mit dem Teil 1 zum Thema Spiel. Wir haben uns darüber unterhalten, welchen Sinn und Zwecks Spiel haben kann und in den nächsten Folgen werden wir diese Erkenntnisse auf den Hund übertragen und da auch weitere Abgrenzungen vornehmen. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ihr dürft es wie immer gerne teilen. Schickt mir eine Freundschaftsanfrage auf YouTube oder abonniert mich auf YouTube oder Facebook. Freundschaftsanfrage müsst ihr natürlich bei Facebook stellen, nicht bei YouTube, sorry. Freundschaftsanfrage stellen oder abonnieren auf YouTube und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.